Ich grüße meine Klassenkameraden Lorena und Vivian und wir werden heute mit 3-0 gewinnen, hoffe ich. Vielen Dank an die Mannschaft, für die tolle Saison und viele Grüße an meine Familie und Freunde. So, heute letztes Heimspiel. Jetzt hoffen wir, dass wir heute nochmal gewinnen, nochmal 3 Punkte holen. Ich grüße alle Oma und Opa und alle aus Adorf und auf den Sieg heute. Ich grüße den SCP-07 Kids Club. Wir wünschen den SCP einen Heimsieg und 3 Punkte und ich grüße meine Familie und meine Oma und meine Klasse 5b aus dem Gymnasium Blommenberg. Ich mache ganz kurz auf den Sieg Paderborn kämpfen und siegen und ich grüße meinen Verein Jotteske Hügeland. Auf 3 Punkte und ich grüße meine kranke Cousine, die gerade zu Hause liegt, Sina, die gerade leider Corona hat und nicht dabei sein kann und meine Mannschaft Jotteske Hügeland, die jetzt hier lautstark dabei ist. Letzter Heimspiel in dieser Saison, da drücken wir natürlich nochmal ganz fest die Daumen für einen Dreier, denn jeder Platz nach oben ist besser als der jetzige. Von daher hoffen wir natürlich alle auf den Heimsieg, aber einmal nochmal ganz kurz für euch. Morgen ab 13.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal vom SCP-Paderborn E-Sports-Team gehen wir live für euch bis morgen Abend 22 Uhr. Schaut einfach mal vorbei, weil die Jungs vom E-Sport würden sich sehr freuen über jeden Zuschauer, der zuguckt bei uns im Livestream. Für die geht es noch um die Playoffs, um den Einzelmeisterschaften im E-Sports, im FIFA 22. Wir zählen auf euch bis morgen im Stream. Ciao, euer Robby. Die Batterieburger Fanbox für unseren SCP.